Und David wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von dem wunderschönen Lego Marvel Super Heroes Wir sind hier jetzt mit dem Fantastic Four und laufen gerade so rum Ich weiß nicht wieso, eigentlich könnte ich mir ein Auto gönnen Auto? Auto? Please? Danke! Jaaa, ich kann doch immer nicht fahren, warte Jetzt kratzt es mich wieder Die letzten Parts waren ein bisschen, ja, nicht ganz so toll und ich hätte schon längst abbiegen sollen Aber Muss da rein? Das Auto hat sich's gebracht, komm ich da überhaupt durch? Ich will da jetzt durch Ich will da durch, ich komm da eh durch Ja, Movis Was? Wo läuft das denn jetzt hin? Ja, Hype Hä? Ah Ah Ah, 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 ah Ich hab mal zwei nicht aktiviert Okay Gut, dass ich das so früh merke Und die Lautstärke ist mir ein bisschen zu laut Ne, wechseln Charakter Du kannst dich hier in etwas Nützliches verwandeln Das geht leider nicht Du bist nicht nützlich Nein Äh, Auto brauche ich wohl nicht zu duschen Oh nein Was war das für eine Aussage? Okay, check ich nicht Im Herzen Mitteleuropas liegt ein kleines Land namens Latveria, das Viktor von Doom regiert Aber das rustikale Äußere seines Schlosses täuscht Innerhalb der alten Mauern befindet sich eine hochmoderne Waffenkammer Und sogar ein Breitbandinternetanschluss Ihr nennt das Auto Fantastica Puh Schön Hat es auch Satellitenradio? Hier beginnt akterianischer Luftraum Das örtliche Wetter düster mit 80%iger Schuldenwahrscheinlichkeit Unter der hundertprozentigen Angriffswahrscheinlichkeit Wir setzen das Fantastica auf Autopilot, damit wir reinspringen können Die Fackel und ich werden die Landezone sichern Arschbombe! Alter Ja, nice Ich sehe halt einfach gar nicht, wo hier Ich glaube, wir wurden entdeckt Pass auf! Hä? Äh, Stein schlägt Sprengstoff, richtig? Wo zum Fickern? Ich weiß absolut nicht, wo ich das hier alles herbekomme Weil ich seh das alles nicht Bin ich zu dumm? Ja, das seh ich jetzt Oh lol, zum Glück hab ich das gesehen Oh shit Das hab ich schon mal im Film gesehen Der grüne Kobold ist hier Doom heuert jeden Halunken an, den er kriegen kann Ich frage mich, was er ihnen Tolles dafür bietet Scheint sich zu lohnen Er hat auch eine ganze Armee an Sicherheitswachen Ben, ich glaube, jetzt geht's rund Ach man, das war mein Spruch Direktor Fury Hören Sie, wir wurden vom Kurs abgedrängt Bitte antworten Sie Das bringt nichts Unser Signal wird immer unterbrochen Du wirst ein Splurgerät in der Nähe haben Ähm, okay Okay Oh nein, das ist nicht das letzte Level Ich spoiler's euch jetzt schon mal Wir sind gerade mal so bei der Hälfte Lol Auch wenn's schon so nach dem Finale aussieht Aber Nee, für das Finale Nur die Fantastic Four Nee Ich würde euch auch echt gerne spoilern Wie viele Level das Spiel hat Ähm, 15 Wir sind bei den Meinten Ähm Aber Ich lass das jetzt lieber mal Na, machst du kaputt? Oh, Lill, geht gar nicht Warte mal Wir haben Ich hab die Flamme gar nicht Der war doch auch vorhin hier What the fuck Mach mal das hier Aber Hä Ja, du kannst Netze schwenken Ich seh's ja eh Ja, genau Dummer Typ, Alter Was will ich denn hier? Oh, Loll Ähm Muss ich das verstehen? Oh, Loll Hä? Hä? Alles klar Ich wollte eigentlich ne Treppe bauen Einfach Ja, genau 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 Hör, das fliegt wieder um Mir egal Ich komm da ja trotzdem hoch, Alter Hör Mois Loll, das ist aber wieder weg Was? Ich mach das komplett falsch gerade Glaube ich Ich mach das einfach komplett Weil jetzt ist es sowieso instant weg Moin Mach nochmal Genau Ja, okay Das wollte ich nicht Genau Hochkommen tu ich Also Die So ich wenig, Alter Was hier abgeht Piss dich Kann ich da hochnähe, oder? Was? Okay, gut Jetzt brauch ich nur Diese Schüssel könnte die Quelle für die Störungen sein Wir müssen sie deaktivieren Alter, wo ist er denn? Was macht er hier? Jetzt geht's rund Alter, wie kommst du da rüber, Alter? Zum Fick Was zur Hölle? Ähm 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 Der Level wird jetzt länger, by the way Ich merk's ja schon langsam Aber, ähm What the fuck? Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten What the fuck? Was macht er hier? Beziehungsweise Wie kommt er hier hin? Überhaupt Weil ich halt einfach nichts tun kann LOL Vielleicht ein bisschen Geld holen Aber mir auch nicht Oder doch das Geld Ne, dann halt nicht Schaut euch das mal an Ich kann hier wirklich nichts tun Was zum Füllen? Was? Kommst du bitte wieder rüber, Alter? Wie zum Fick ist ja Wie zum Fick bist du da hingekommen? Danke Aber wie zum... Was? Was? Das verstehe ich nicht Was? Kommst du da hin? Oh, was ist denn jetzt? Was war das denn jetzt? Oh, lol Achso, ich musste genau da hin Okay, jetzt verstehe ich Was? Was zur Hölle? War das... War das so... Ist das so schlecht programmiert, oder? Warum war der da drüben? Das würde ich echt gerne jetzt wissen Sorry, dass ich neugierig bin, aber... Was? Perfekt den Bullshit Ist ja nicht noch was, was du tun kannst Nur das hier Alter Hau zusammen da, ey Über True Belieber brauche ich mir Wieder keine Sorgen machen Bohrmaschine Hype Tolle Schrauben Lol Gut Das war's? Was? Zu Hölle, diese Sprechen Klar und deutlich Wir haben einen Funkmast ausgeschaltet Der unter Signale blockiert Ich bin auf der anderen Seite des Schlosses Wir könnten Verstärkung gebrauchen Schnell Okay Ich komm schon, Habibi Ja, komm Jetzt brauch ich hier die Mystique Mystique Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Was ist denn hier jetzt wieder? Einmal hier oben und jetzt einmal noch hier unten wahrscheinlich Also, okay, ich verstehe Wenn es nicht springen würde Ich hab gerade 20 mal springen gedrückt Das ist einmal gesprungen Wow Dieses Man merkt Die Level werden immer besser Oder ich halt schlechter Weil ich denke eher ersteres Ja, so dumm es auch klingt Ich bin fest davon überzeugt Dass es die Schuld des Spiels ist einfach Weil das kann doch nicht vereinen Ob das andere Level wieder so scheiße sein Ach, ich kann mich eh unsichtbar machen Mit dir auch Lol So, da kann ich nicht hoch Kann schon Wo ist's? Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können Ach, einfach kaputt Nice Was zum Fick Ja, ich verstehe absolut nichts mehr Sucht der Typ noch immer jetzt? Ja, okay Welcher hat er jetzt, schätze ich, mal hoch Yes Pisser Pisser allesamt Verpiss dich Es kommen, by the way, noch gute Level auch Dich gut in irgendeinem Ah, ah, ah Entschuldigung, lieber Es ist mir, by the way, immer noch leicht zu laufen Im Namen aller Nerds dieser Shit Alter, sind ja viele Leute weg da Das geben wir uns nicht Kann ich eigentlich speichern Ich weiß, ich hab noch ein bisschen Zeit Aber Dennoch Und ich nehm eh mehr Parts auf, was laber ich Lückt mich eigentlich nicht Was macht Das Ding eigentlich Ja, und diesmal hat's ja wenigstens mal gepasst Dass ich das jetzt sage Ich brauch das Ding ja jetzt eh Nice Ist hier unten eigentlich auch nicht irgendein Bullshit Nee, nichts interessantes Okay Warte, ich brauch eh dich Also lauf Lalalalalauf und blippen Komm schon Okay Wir können jetzt nur Reed Richards rein Toll Ähm Ähm, ähm, ähm Oder ist ja noch was, was? Alles klar Wir überziehen einfach Komm, Boy So So So, darüber Auch sehr gut Und das jetzt noch machen Sehr gut Wir sind die Besten Danke Wir sind richtige Profis hier gerade Wer's glaubt Was war das denn jetzt? Das wusste ich jetzt gar nicht Als kann ich zwar jetzt nicht genau beschreiben Was das sein sollte Alter, ich springe nicht runter Ah, keine Ahnung Oh, da bist du ja Oh lol Aber An sich sieht das Level gut aus Und ich kann hier speichern Aber wie gesagt Zwei Parts Und by the way Sind wir erst bei 15 Minuten Alter Als ob ich schon aufhöre Peppere Pepper Penis Pepper Penis Ja, das muss gerade sein Weil mir nichts eingefallen ist Was ich sagen soll Mann, brauche ich wieder dich was machst du boi boi blister was ich muss jetzt bei der den beiden jetzt helfen wahrscheinlich dreckspaß alter jetzt kommt er auch da rein oder doch und er glitscht da rum toll es ist es ich spiel so gut ja ok nice weiter gar so aber das level ist nicht so schlecht wie das letzte halt wir das verwillen gebraucht haben zweieinhalb parts wer schreit denn hier jetzt wieder hab das gerade gehört hat irgendjemand schon geschrien ich hab keine Lust da vorne braucht man Spider-Man ich wir haben schon lang kein Spider-Man hier mehr gehabt alter was ist denn hier jetzt passiert warum ist kein Spider-Man mehr hier nee real talk geht's with Spider-Man was zum Fick schlecht gemacht der level aber wir haben ziemlich viel Geld toll bringt sich's jetzt das bringt sich's mega hier brauche ich wahrscheinlich wirklich ach so kann ich hier zwei Sachen bauen sieht das auch so aus wie ich nichts bauen kann ich glaube alles einzeln zerstören aber nein danke hä ach so ich kann das nehmen mein wie soll alter hat das gelegt was komm schon Blondie bitte sterb bitte sterb bitte sterb wann stirbst du jetzt ach so ne ich muss das hier abschießen oder ach so dachte ich muss euch killen das wäre zu episch gewesen ja leider kann man nichts machen ob das level jetzt wieder länger ist eigentlich jetzt haben wir ach doch nur 30 FPS was zum Fick passiert hier ne mach doch mal alter mal 10 und das lagte mal richtig da kann ich aber nichts für mein PC hat nur eine minimale Auslastung also ich sehe das zwar gerade nicht aber er hat nur eine minimale Auslastung und so kann ich echt nichts für wer rasselt das Geld rein alter mal 3 mal 4 alter aber wir haben nur teilweise einfach nur 30 FPS das ist halt das sieht aus wie wenn es normal wäre weil es halt nur genau 30 sinkt so wie wenn das so sein sollte ja keine Ahnung ich weiß nicht ob ihr das auch seht wenn es zum Beispiel ich habe jetzt 130 FPS wenn es auf 80 oder so runterfliegt da lagts bei mir auch ganz kurz da sinkt es aber nur runter 50 FPS weiß ich was das da ja ist ja egal Dreckspiel halt bis durch jetzt wo ist denn das Ding na komm mal drüber hier komm mal rum ich würde dich gerne noch befreien by the way so 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 bis durch jetzt oh ich habe ihn was wieso habe ich den jetzt auf einmal ah egal ich würde sagen das war es mit dem Part wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein bis zu dem Wegfall und tschü mit Öl ich sollte mich umbringen mal Attention Bis zum nächsten Mal hals